So, jetzt teste ich mal die Echo-Funktion im D-Star-Netz. Man kann sich in D-Star in verschiedene Konferenzräume einbuchen. Das geht über diese Tastentöne, DTMF genannt. Da gibt es auch einen Echo-Raum, in dem man seine eigenen Aussendungen eben wieder zurückbekommt. In den habe ich mich gerade eingebucht. Das heißt, wenn ich jetzt hier spreche, dann werde ich selbst zu hören sein. Hier DC6-FG-Mobil mit einem Echo-Test. Hier DC6-FG-Mobil mit einem Echo-Test.